Hey, was geil! Hier ist der Reihe auf YouTube. Heute gibt es mal das Video Kinder früher vs. heute. Und ja, noch kleine Ansprache, voraus. Das haben wir von Apecrime. Das ist unser Vorbild. Von denen haben wir es empfunden, direkt an die Machung. Aber wir haben es nicht selber gefunden. Die sind natürlich unverdinkt. Die haben uns ja gefunden. Die haben uns ja erfunden. Irgendwann, die UXPD ist hinter der Kamera. Also es ist nämlich STV. Er hat den Namen geändert. Es ist verständlich. Seinen Kanal hat man nicht gefunden. Die UXPD ist in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Video. Und dann fangen wir an mit dem Video. Früher packen wir in die Schuhe. Mal schauen, ob ich alles gepackt habe. Ja, alles gut, Tinda. Hey, Freude, ich habe richtig für die Schuhe heute. Dann gehe ich mal in die Schuhe. Heute packen wir in die Schuhe. So. So. Ah, schon leer. Ah. Ich bin... Ich bin auch der Schuhe. Oh, Scheisse! Ähm, ähm. So. So. Ah, fuck. Ich muss jetzt schon... Flügel in der Schuhe. So, ihr lieben Schüler. Heute ist Matt angesagt. Heute werden wir rechnen. Und zwar schriftlich. Die schriftlichen Rechnungen. Und zwar Minus und Plus. Ich hoffe, ihr freut euch schon. Ja. Wir sind in der Schuhe. Heute in der Schule. Oh, Scheisse! Hier wieder mal Schule. Das kann doch nicht sein. Ah, wo ist ihr überhaupt der Lern da? So. Frügel in der Schule. Ja, genau. Äxen, Doktor. Heute ist Matt angesagt. Alle ruhig, ruhig, ruhig. Äxen, auf innen. Früher Aufgaben machen. So. Jetzt wird erst mal Aufgaben gemacht. Ich schliess eine fleisige Schuhe. Also, was haben wir gehört? Ah, stimmt. Das ist jetzt schon wieder gesagt. Plus 280 minus 340. Ah, ich weiss es. 180. Heute Aufgaben machen. Oh, ich muss spielen. Oh, ich muss spielen. Hm. So. Ich muss jetzt nach Hause laufen. So. Ah, da kommt ein grosser Monster. Äh. Oh nein. Jetzt ist sie kaputt. Heute spielen. Heute spielen. Also, spielen wir hier mal Minecraft. So. Hast du mal Angst? Ach, wir haben uns in der Welt. Oh, die nächste hier. Also. Früher ins Bett gehen. So, dann gehe ich mal schlafen. So, ich darf nicht die. Können wir. Ah, das ist schon im 60er Schlaf. Ist immer gut. Hm. Heute. In das Bett gehen. Äh. Scheisse. Du hast schon wieder Kassel genommen. Ah, schon wieder leer. Leere. Neue. Äh, ist schon wieder leer. Oh, wie spät. Das ist ... 4 Uhr morgen ... Musik hören Musik hören Musik hören Ich habe nie eine Musik hören Nien etwas zum Musik hören Nein, dann muss ich ... Es gibt ja noch gar keine Musik Aparellmaschine Du musst jetzt selber Musik machen Musik hören K nurse Heute ein Video aufnehmen. Oh, ja, die Idee. Ja, ich kann ein Video machen. So, 13, 1, Pizzliutli, was geht ab? Hier ist die Reihe, die UX-Video am Start. Heute mache ich das Fortnite-Video, wie Fortnite-Socken. Ja, das hier, mit meinem Monitor, hier sieht man es gerade alles. Ich habe noch richtig gute Sachen, hier noch, ja, aufs Sport sein, ja, ja. Ja, dann würde ich einfach sagen, bis gleich. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solche Sachen wollt, schreibt es einfach mal in den Kommentaren. Und sonst halt natürlich mal liken, wie immer, teilen und das Wichtigste abonnieren. Und natürlich die UX-Video an. Das ist sehr wichtig. Uns Media abonnieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.